Ich liebe seit heute Helga Schubert, weil sie zeigt, wie man Lebensgeschichte in Literatur verwandeln kann. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Heute mal wieder ein Dokumentarfilm über die Schriftstellerin Helga Schubert, Sonntagskind. Sie erlebte 2020 eines der erstaunlichsten Comebacks der Literaturgeschichte. Nach langer Abwesenheit gewann sie 80-jährig den Ingeborg-Bachmann-Preis, einer der wichtigsten deutschsprachigen Literaturpreise. Dieser Film erzählt von dem Comeback, aber vor allem erzählt er uns etwas über das Leben von Helga Schubert, die heute wieder eine gefragte Autorin ist, viele Lesereisen unternimmt, viel in der Öffentlichkeit steht und gleichzeitig zu Hause ihren schwerkranken alten Mann pflegt. Auch darüber hat sie geschrieben in dem Buch vom heutigen Tag. Das Werk, das sie aber wieder berühmt gemacht hat, erzählt vor allem vom schwierigen Verhältnis zu ihrer Mutter, vom Aufstehen. Und das ist eines der zentralen Themen nicht nur ihres Schreibens, sondern auch dieses Films von Jörg Herrmann, der uns sehr genau diese Biografie erzählt. Wir sind also dabei bei ihrem ganz normalen Alltag, erfahren viel von ihrem Widerstand, gerade in der Wendezeit in der DDR, ihre Arbeit als Psychiaterin, das schwierige Verhältnis zur Mutter. Aber vor allem erfahren wir auch, und das wird absolut nachvollziehbar, dass diese kompromisslose Frau das Schreiben zum Überleben braucht. Eine wunderbare literarische Arbeit ist auch dieser Film visuell sehr anspruchsvoll und er kommt der Autorin sehr nah. Der Film von Jörg Herrmann jetzt im Kino zu sehen, unsere Radio 1 Film Empfehlung der Woche Sonntagskind. Jörg Herrmann